Born to shop. Wir sind auf der Erde, um einkaufen zu gehen. Und mehr als die Hälfte der Deutschen sagen, was ist der Sinn meines Lebens? Der Sinn meines Lebens ist die Aufrechterhaltung bzw. Steigerung meiner Konsumfähigkeit. Dazu bin ich auf Erden. Also born to shop. Wir leben in einer Schneeballökonomie. Es gibt ja diese Schneeballsysteme, die nur deshalb funktionieren, weil immer wieder neue dazukommen und bereit sind, die alten auszubezahlen. Irgendwann kollabieren alle diese Systeme. Und auch wir befinden uns in einer Situation, die in diesem Punkt auf Kollaps ausgerichtet ist. Wir haben hier in Deutschland durch die verfassungsmäßige Schuldenbremse den Versuch unternommen, diesen verhängnisvollen Prozess zu einem Ende zu bringen. Ob das gelingen wird, wissen wir noch nicht. Das ist also bisher nicht sehr viel mehr als ein Versuch. Wir versuchen als Deutsche zusammen mit ein paar anderen Österreichern, Findern und Trollländern, dieses System zu europaweit zu installieren. Das sind also alles Dinge, von denen man sagen kann, in der Politik ist zumindest partiell begriffen worden, dass diese Art von Wachstum durch Schulden auf Dauer nicht funktionieren kann. Aber ich wende meinen Blick nach Großbritannien, nach Frankreich, auf die Südachse Europas, von Portugal bis Griechenland, wo ja überall der Ruf laut geworden ist, wenn wir nicht mehr Schulden machen können, dann wird das alles ein böses Ende bei uns nehmen. Ohne Schulden geht es nicht. Das hat eine historische Quelle. Zufälligerweise in Bonn haben sich 1978 die Staats- und Regierungschefs der damals wichtigsten Industrienationen getroffen und haben gesagt, mit zuläppischen Wachstumsraten, wie wir sie damals hatten, das waren ungefähr drei Prozent, können wir ganz einfach Demokratien nicht aufrechterhalten. Eine Demokratie erfordert permanent hohes Wachstum. Sonst scheren die Menschen aus, sonst sagen sie, dann brauchen wir auch keine Demokratie, wenn wir kein Wachstum haben. Und das ist der Beginn des schuldenfinanzierten Wachstums, was wir in ganz Europa haben. Wir haben es in den Vereinigten Staaten, wir haben es in Japan, wohin wir gehen. In allen entwickelten Industrieländern wächst die Wirtschaft seit nicht Jahren, sondern mittlerweile seit Jahrzehnten im Wesentlichen nur noch, nur noch hänge ich ein bisschen tief, aber im Wesentlichen nur noch durch diese Schuldenpolitik. Und wenn man sich die gegenwärtige Debatte anschaut, ja, es wird wiederum versucht, Blick auf Japan, Blick auf die Vereinigten Staaten, durch Überschwemmen der Märkte mit Geld, sprich Schulden, die Wirtschaft zu beleben. Und wir in Europa haben im Grunde genau dasselbe gemacht. Rhetorisch sind wir noch nicht so weit wie Amerikaner und Japaner, aber im Prinzip folgen wir diesem Weg. Und das zeigt, dass sich das eigentliche, ursprüngliche Wachstumspradigma schon längst erschöpft hat. Wir reden nicht über irgendeine Zukunft, von der wir sagen können, naja, also in 10, 15, 20 Jahren wird sich das erschöpft haben. Es hat sich bereits jetzt erschöpft. Wir leben in einer historisch definierten Periode. Die hat einen Anfang, den kann man ziemlich genau festsetzen. Und alle, alle historischen Perioden haben einen Anfang und ein Ende. Und es wäre ja völlig wirklichkeitsfremd, wenn wir annähmen, dass das, was wir jetzt in den letzten 200, 250 Jahren gehabt haben, Ewigkeitswert haben würde. Dass die Menschen noch in 1.000 oder 2.000 Jahren mit den Instrumentarien, mit den Strukturen, mit den Wertesystemen des industriell-kapitalistischen Zeitalters operieren werden. Dass sie sozialen Wohnungsbau pflegen werden und der Rentenversicherung zahlen werden und so weiter. Das wird alles nicht sein. Sondern wir sind in diese Periode hineingeboren mit ihren Stärken und Schwächen. Und vielleicht erleben wir es nicht persönlich, aber unsere Kinder und Kindeskinder werden sagen, wir haben unsere Eltern doch so merkwürdig gelebt. Das ist der Gang der Dinge. Wir schauen immer zurück auf irgendwelche Perioden und sagen, mein Gott, das war aber komisch. Wie gut, dass wir da raus sind. Und so wird auch eine kommende Generation unsere Periode betrachten. Und sie wird sagen, was habt ihr denn da gemacht mit eurer Kapitalakkumulation und eurem Zinssystem und euren sozialen Sicherungssystemen. Das sind ja alles ganz merkwürdige Konstrukte. Wir machen das jetzt so. Und wenn man das einmal begriffen hat, dass man immer in einem Provisorium lebt, jede Phase ist ein Provisorium, nichts ist endgültig in diesem Prozess, dann lässt es sich auch leicht Abschied nehmen von dem, was da ist, weil man weiß, das ist völlig zwangsläufig, dass das, was ist, künftig nicht sein wird. Es gibt so einige Dinge, von denen man mit unbedingter Sicherheit sagen kann, das wird so kommen. Und einer dieser Sicherheiten ist, das, was ist, wird nicht sein. Das ist eben das Wesen des Jetztseinden, dass es nicht künftig sein wird. Und das hat man auf ganz breiter Front. Und wenn man das mal begriffen hat und sich nicht dagegen wehrt, sondern sagt, das ist der Gang der Dinge, das hat auch etwas mit Evolution zu tun, dann lebt es sich eigentlich ganz komfortabel. Also Finanzkrise, das ist das eine. Schuldenkrise der Staaten, Bankenkrise, das wird häufig in einen Topf geworfen, aber es sind unterschiedliche Phänomene. Wir haben in den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts eine Art des Bankenverhaltens gehabt, die schon unter kaufmännischen Gesichtspunkten, unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten völlig unakzeptabel war. Ein wildes Daraufherumwirtschaften mit Konsequenzen, wie wir sie alle erlebt haben. Dass Banken sich hochgradig überschuldet hatten, dass sie Produkte in ihrem Portfolios hatten, von denen sie selbst nicht wussten, was das bedeutet und welche Konsequenzen das haben würde, wo sie diese Dinge an Kunden verkauft haben und sich hinterher entschuldigt haben mit der Begründung, das haben wir auch nicht gesehen, was wir da vermarktet haben. Also das ist der eine große Komplex. Der andere Komplex ist, dass die Staaten sich genötigt sahen, die Banken aufzufangen. Dadurch haben sie ihre Schuldenlast erhöht, aber das ist nicht der Beginn der Schuldenlast, sondern die Staaten, die anfingen, die Banken zu retten, waren bereits hoch verschuldet, als sie das gemacht haben. Und dann kommt jetzt drittens dazu die ganze Euro-Frage. Und das ist wieder etwas anderes. Wenn es heißt, es muss Zypern geholfen werden oder Portugal, Spanien oder was auch immer, dann hat das ein bisschen was zu tun mit den Banken. Es hat ein bisschen was zu tun mit der ohnehin hohen Verschuldung dieser Staaten. Und es hat drittens etwas zu tun mit der Tatsache, dass wir hier in Europa, und das unterscheidet uns fundamental von Amerika oder Japan, den tollkühnen Versuch unternommen haben, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen historischen Entwicklungen eine Währung überstülpen zu wollen. Wir waren in diesem Punkt naiv. Das heißt, wir, sollte ich nicht sagen, sondern einige Leute, die dafür maßgeblich waren, waren naiv. Sie haben nicht begriffen, dass Geld keineswegs nur ein ökonomisches Phänomen ist. Und an dieser ganzen Euro-Frage haben viel zu viele Ökonomen herumgewirkelt, Finanzfachleute und Juristen. Es hätten mehr Historiker daran mitwirken sollen, mehr Menschen, die etwas von Kultur verstehen. Und dann hätte man begriffen, dass eine Währung nicht primär etwas Ökonomisches ist, sondern primär etwas Kulturelles, eine kulturelle Emanation. Und ich kann eine Währung nur mit jemandem teilen, der in etwa die gleichen kulturellen Vorstellungen hat wie ich selbst. Denn hinter unseren Währungen steht ja nichts, überhaupt nichts. Sondern hinter unseren Währungen steht, wenn überhaupt, nur Vertrauen. Und ich vertraue darauf, dass der andere sich in etwas so verhalten wird, wie ich mich selbst verhalte. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht habe und dieses Vertrauen wurzelt in der Kultur, in der Geschichte, einer gemeinsamen Geschichte, die ich habe, dann funktioniert die Währung nicht. Und das ist das, was wir gegenwärtig erleben. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus, wie die Griechen ihre Steuern erhoben haben oder nicht erhoben haben und wie die Zyprioten noch versuchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen und so weiter. Das sind alles Dinge, von denen wir sagen, das ist ja unglaublich, was da passiert. Nein, das ist gar nicht unglaublich. Sondern so wird in diesen Ländern bewirtschaftet. Damit sind sie über die Jahrhunderte gut gefahren. Aber es passt nicht mit unseren Wertvorstellungen, auch nicht mit unseren Geldvorstellungen zusammen. Und da haben wir ein Problem. Ich glaube, der Mechanismus ist ein anderer. Ich glaube, wir befinden uns heute in Deutschland zusammen mit einigen wenigen anderen. In der Situation, wo wir mit unseren Wirtschaften erfolgreicher sind als die anderen. Und weil wir erfolgreicher sind, unsere Arbeitslosenquote ist sehr viel niedriger, wir haben sehr anständige Wachstumsraten und einiges mehr, sind wir automatisch in der Situation, wo wir, wenn ein Ausgleich geschaffen werden soll in Europa, die Zahlenden sind. Anders kann es ja nicht funktionieren. Wenn einer, der besonders schwach ist, gefordert würde und zahlen sollte, sagt er, ich kann nicht. Also es läuft immer auf den hinaus, der erfolgreich ist. Dieser Erfolg hat etwas zu tun mit der Mentalität dieses Raumes. Es ist ja kein Zufall, dass wir Skandinavien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande so in etwa heute in Europa haben, in einer Entwicklungsgeschwindigkeit, die ungefähr gleich ist in diesem Raum. Und in anderen Regionen ist es ganz anders. Dass wir also jetzt in Deutschland aufgrund unserer Entwicklungstrends zwangsläufig in der Situation sind, abgeben zu müssen. Und das führt bei der Politik zu der verständlichen Reaktion, seid doch wie wir, dann wärt ihr ja auch so erfolgreich und dann brauchen wir nichts abzugeben. Ich glaube nicht, dass der Gedanke der Dominanz dahinter steht. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sagt, oh, lass uns jetzt diese Situation nutzen, damit wir als Deutsche Europa beherrschen können. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Gesichtspunkt. Sondern wir möchten die Last loswerden, anderen geben zu müssen. Und wir glauben, wir wären die Last los, wenn wir die anderen dazu brächten, unsere Kultur, unsere Werte, unsere Art des Wirtschaftens, unsere Pünktlichkeit und so weiter zu übernehmen. Das Interessante ist ja, dass wir Deutsche, sobald wir eine Gelegenheit haben, aus diesem kulturellen Korsett herauszukommen, dies tun. Wir fahren begeistert nach Italien und nach Spanien und fühlen uns da pudelwohl, wenn es alles ein bisschen lockerer geht und eben nicht so genau und kommst du morgen, kommst du auch noch rechtzeitig, so in dieser Art. Das schätzen wir durchaus. Aber wir leben es in unserem eigenen Land so nicht. Mit sehr positiven wirtschaftlichen Ergebnissen. Und jetzt kommen wir und sagen, macht es doch genauso wie wir. Aber nicht unter dem Gesichtspunkt, wir wollen euch dominieren, sondern unter dem Gesichtspunkt, wir wollen für euch nicht zahlen. Die Folge eines veränderten Verhaltens wäre, dass die anderen wahrscheinlich wirtschaftlich schwächer wären, als sie sind. Dieser Euro hat sie schon hochgehoben. Ob das Spanien oder Portugal oder Griechenland ist, innerhalb einer ganz kurzen Zeit haben sich ja dort die Einkommen um 50 Prozent erhöht, um 60 Prozent, das hat eine Menge zu tun, durch die abgeleitete Wirtschaftskraft einer Minderheit innerhalb der Europäischen Union. Zu dieser Minderheit gehören wir. Wenn das auseinanderbricht, wenn wir also wirklich kein Bailout mehr praktizieren, dann ist die voraussehbare Folge, dass diese Länder wieder absteigen werden. Griechenland befindet sich heute ziemlich genau an dem Punkt, an dem es sich befunden hat, als der Euro eingeführt wurde. Griechenland zeigt also seine eigentliche Kraft. Nur, das ist kein Problem, solange die Menschen nicht hungern und dursten, sondern sie haben ja generationenlang, jahrhundertelang unter diesen Bedingungen sehr auskömmlich gelebt. Es ist ja nicht so, dass die da verhungert wären oder keine medizinische Versorgung gehabt hätten oder keine Schulen, sondern sie hätten sich auf einem anderen Niveau eingerichtet und das mit großem Erfolg. Und es ist immer ein riesiges Problem, wenn eine Kultur, die Kolonial-Epoche gibt dafür viele Beispiele, loszieht und anderen Kulturen sagt, das macht man so, so ist es richtig. Es scheitert fast immer. Das ist ein bisschen wie immer. Das ist ein bisschen wie immer. Vielen Dank.